Ihre Kunden sind online. Zeit, dass Ihr Unternehmen Ihnen Gesellschaft leistet. Denn jetzt startet Online-Motor Deutschland. Seien Sie dabei und machen Sie Ihr Unternehmen auch im Internet-Wettbewerb fähig. Kommen Sie zu einem von zehn großen Events in ganz Deutschland und treffen Sie unsere Online-Experten live. 52 Millionen Deutsche sind bereits online und täglich werden es mehr. Für Unternehmer bedeutet das, dass 52 Millionen Kunden auf der Suche nach ihren Produkten und Dienstleistungen sind. Leider nutzt der deutsche Mittelstand das Wachstumspotenzial Internet noch nicht in vollem Umfang. Gemeinsam mit unseren Partnern möchte Google dabei helfen, dass Unternehmen den ersten Schritt ins Web machen können. Einfach, unkompliziert und ohne große Investitionen. Eine Online-Präsenz ist heute ein Muss für jedes Unternehmen. Mit Strato können Sie diese jetzt einfach und kostenlos erstellen. Machen Sie mit. Heute ohne Homepage dazustehen, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Transparenz, die Online-Marketing bietet, kann das klassische Marketing niemals leisten. Wenn mich jemand nach einem Tipp fragt, wie man das Ganze verbessern kann, kann ich im Grunde nur sagen, machen, machen, machen. Das Internet ist heute nicht nur ein fester Bestandteil unseres Alltags. Es wird zunehmend für unsere Unternehmen eine der wichtigsten Attribute, die es überhaupt gibt. Wir empfehlen diesen Online-Motor Deutschland, weil er speziell auf den Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft zugeschnitten ist und seine Potenziale fördert. Das Internet ist für viele Fachhändler zum zweiten Standbein geworden. Multi-Channeling ist das Stichwort Verbindung von stationärem Handel und Internet. Die Wachstumsraten sind gewaltig. Insofern liegt für den Handel in der Zukunft dieser Vertriebskanal ganz nahe. Der Online-Motor Deutschland macht eben gerade kleinere und mittlere Hände fit für die Zukunft und deshalb ist der HDE gerne dabei. Online-Motor Deutschland geht jetzt auf Tour und besucht die zehn größten Städte in Deutschland. Seien Sie dabei, besuchen Sie die kostenlosen Workshops und hören Sie, was Experten meinen. Bringen auch Sie Ihr Geschäft auf Touren und nutzen Sie die Chance des Internets für Ihr Business. Online-Motor Deutschland – jetzt anmelden zum kostenlosen Event in Ihrer Nähe.